Und ich meine wirklich im Arsch voll Schilder So, dazu nochmal eine Crafting Äh, Box So Oh, die Musik, die ist auch wirklich super Oh, ja Äh, Stickies vielleicht eventuell vorher So, genau Da, da, da Und, so, und dann Hm, ist ein bisschen blöd, das reicht nicht Obwohl Warte mal, ich mach jetzt hier das noch, was soll's Irgendwann mal brauchen wir sowieso, sowieso Blub Äh, hallo Ich bin schon wieder voll So Die Musik ist gerade arschleise Also, die hört man in der Aufnahme 0, das kann ich jetzt schon Sagen So, und jetzt mach ich erstmal folgendes Ähm Hier ist ein bisschen blöd mit der Wand So, und wo sind wir jetzt? Oh, toll Ja, ich dachte eigentlich Äh Ich dachte eigentlich, wir kommen da noch raus Aber, nö Gut, die Frage ist jetzt Wo kommen die Schilder nochmal hin? Kann ich die hier hin machen? Ja, aber das ist falsch Das ist falsch gewesen Ich glaube, so war das richtig So, und dann Glaube ich da das Wasser rein Ich hab ein Tutorial nämlich gesehen, wie man das macht Aber 100%ig Auswendig weiß ich jetzt auch nicht mehr Genau Genau Ja, das war sehr falsch Vor allem, weil dann die Schilder auch so viel bringen Verdammt, wie war denn das jetzt nochmal? War das War das hier? Nee Oh, ich dachte gerade, ich kann das jetzt noch irgendwie so Rekonstruieren auf irgendeine Art und Weise Aber Ich glaube, dem ist nicht so Vielleicht muss ich ja hier auch einfach nur Mh, mh Nö, das ist auch falsch Boah, wie war denn das jetzt nochmal? Ich Boah, verdammt Oder ich mach's ganz anders Aber dann waren die Schilder, glaube ich, für den Arsch Mal schauen, ob ich hier gerade irgendwie richtig mache oder falsch mache Ich weiß es nicht So, eigentlich, rein theoretisch Müsste so auch klappen So, dann waren im Endeffekt die Treppen für den Arsch Und die Schilder waren auch für den Arsch Warte mal, mal eben gucken So, und dann müssen wir es dann hier einsammeln können eigentlich Ja, okay Hm Hm Hm, ich überlege noch Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher Ähm, außerdem müsste das dann Irgendwie so aussehen Weil das ja hier zu sein muss Und ich weiß, da vorne ist auch noch offen Aber das, äh Ist gerade eh nur provisorisch Weil ich hier gerade was ausprobieren muss So, warte mal So Und dann haben wir hier die Bars Hm Okay, ich, äh, lass es jetzt mal so Ich tu mal eben Ähm Hier das zum Beispiel Zumachen Und dann stelle ich mal auf Äh Auf easy Und eigentlich hätten wir uns noch Glas holen können Um das zu beobachten Aber, ähm Da hab ich jetzt eigentlich nicht dran gedacht Dass wir eigentlich jetzt schon so weit sind Ja, und hier dann noch wegmachen, bitte So Und hier müssen wir auch zumachen Also das heißt, wir müssen alles, was eins, äh Hoch ist Müssen wir im Endeffekt zumachen Weil ansonsten die ganzen Drecksviecher hier reinkommen können So Ich nehm mal das neue Schwert Bloß um sicher zu gehen So Easy Und dann schauen wir mal Ob das ganze Zeug jetzt funktioniert So wie ich mir das vorgestellt hab Habe ich Sand dabei? Ne Ah, okay Ich hör sie schon Ah, und hier kommen erst die ersten Spinnen schon an So Ja, und das klappt doch wunderbar So wie ich mir das vorgestellt hab Hier hängen sie noch fest Weil hier die Wand noch nicht richtig zu ist Ja Aber so klappt es schon hervorragend So So, ich warte jetzt eben nochmal auf ein paar Gut Dann, äh, bessere ich da mal die Wand aus Und dann noch ein paar kleine andere Sachen Die noch gemacht werden müssen Um Das ganze hundertprozentig effizient, äh Zu bekommen So, wie weit ist denn jetzt hier Bright? Aber ich mach trotzdem jetzt hier mal für euch Hier die Fackel an den Spawner So Und ich glaube Hier, das mach ich dann nochmal weg Und hier mach ich dann auch einfach wieder ganz normal Ähm Stein hin So Ungefähr dann, ne Und dann glaube ich Gehe ich aber trotzdem nochmal zurück Um, ähm Mir ein bisschen Glas Schmelzen zu können So Und wie gehen eigentlich nochmal Ähm Ach, wie heißen jetzt nochmal die Dinger da? Die Äh Pistons Genau, wie gehen, wie macht man Pistons? Das ist jetzt die Frage Ich könnte jetzt natürlich mal mit dem Handy Äh, währenddessen googeln Weil ich ja Nicht hier in den, äh Weil ich wieder den Modus nicht wechseln will Hier von der Ansicht Ähm, das könnte ich jetzt eigentlich dann mal machen Komm, ich mach das jetzt mal mit der anderen Hand Das Handy, das liegt ja hier da So Und dann mit dem Touchpad hier auch währenddessen So Handy, geh mal an bitte So, das brauchen wir jetzt erstmal nicht Wir brauchen jetzt erstmal Den guten alten Safari Explorer Und dann geben wir mal ein Pisten und gucken mal Ähm Ob wir gleich mit dem Crafting Rezept Äh Konfrontiert werden Minecraft Wiki So, die Seite, die lädt Und, ähm In der Zeit Gehen wir nochmal zweimal ganz spontan Ins Inventar und wieder zurück Einfach nur, weil wir cool sind Und weil wir es können Ach, da haben wir es doch So Dann müsste doch hier irgendwo gleich mal Ähm Das Crafting Rezept sein Crafting Okay Hier hab ich's dann hier neben mir liegen Das ist schon super Gut, dann können wir uns eventuell auch gleich einen Pisten machen Und Redstone haben wir ja Soviel ich weiß noch irgendwo In irgendeiner Kiste In welcher weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig Aber Irgendwo haben wir noch Pistons So Dann mal gucken Ähm Wir brauchen normale Pistons Keine Schleimpistons Normale Pistons Dafür brauchen wir Redstone Redstone ist glaube ich Drüben Ne Hier haben wir Redstone Gut Eigentlich reicht einer Wenn wir machen So warte mal Ich muss Ich mach auch bald ein Lager Wo wir alles gut sortieren können Aber jetzt im Moment Ähm Müssen wir uns so Ein bisschen durchkämpfen So So Ähm Modenplanks brauchen wir genau drei Und dann brauchen wir Eisen und Redstone Pisten Gut Und dann machen wir uns noch Haben wir hier noch Holz Ja hier haben wir noch unverarbeitetes Holz Das können wir mal eben noch In die Ver Nein Nein Was denn jetzt bitte los Wurde das geupdatet Wo Okay Ist eigentlich egal Auch wenn die jetzt keine Textur haben Ähm Wir brauchen ja bloß Die um Pistons herzustellen Und das ist ja eigentlich egal So Ähm Moment Wie Was wollte ich jetzt nochmal machen Verdammt Ich hab's vergessen Nein Wir wollten keine Pistons machen Wir wollten was anderes machen Ah Ja Pressure Plate So Und ansonsten kann ich irgendwas hier lassen Die Rails könnte ich hier lassen Ähm Das lass ich mal hier Ist ein bisschen blöd die Dass die Textur da fehlt Ah Glas Ah Aber wir haben kein Na verdammt Wir haben kein Sand mehr Egal ich mach jetzt mal den Wir brauchen Sticky Pistons Ach Gott Ich bin auch so ein Oh Gott Bin ich verpeilt Und jetzt ist Nacht Deswegen gehen wir da lang So und ich glaube Ich schnäuze mich gleich Wirklich mal Weil es ist total nervig Und ich glaube zum Anhören auch Wenn ich da die ganze Zeit so rede Miau Miau Wir hatten doch Schleim Oder täusche ich mich da Toll jetzt haben wir einen Pistons Mit dem wir jetzt nicht anfangen können Also jetzt noch nicht Ähm Verdammt Ah aber wir haben Glas Wir haben Glas Das ist super Weil nee Wir brauchen dafür einen Slime Piston Warte mal Jetzt gehen wir mal auf Easy Und dann Können wir doch hier Ähm Irgendwie einstellen Dass uns die Slime Chunks zeigt Oder War das nicht so irgendwie So und jetzt müsst ihr doch hier Dann gleich irgendwo Auftauchen Und uns anzeigen Wo die Slime Chunks sind Ah okay Ah da drüben ist was rotes Ich seh's Vielleicht kriegen wir jetzt noch So schnell ein Slime her Ich geh mal so ein bisschen In die Richtung Ah ja das ist genau da drüben Das bringt uns jetzt nichts Oh ja und wir sind ja wieder auf Oh Das war ein bisschen blöd glaube ich Weil da ist ja alles offen Da unten beim Spawner glaube ich Oder? Weiß ich nicht mehr Ich hab's vergessen Wie ich den hinterlassen hab Wir hatten doch Slimes Ja na klar hatten wir Slimes Darauf könnte ich sogar meinen Arsch verwenden Das weiß ich noch Da war nämlich In der Folge hatte ich doch das Halbe LPT da Also das Oh Also hier müsste eigentlich Ein Slime Chunk sein Hallo? Ich greife mal ein bisschen runter Vielleicht Kriegen wir noch ein Slime her Aber ich will jetzt auch nicht so verkrampft Danach suchen Weil das ist ein bisschen blöd Aber wir haben im Hintergrund Morrowind rumdüdel Und das ist super Ich hoffe die Slime Chunks Die stimmen da auch Die angegeben sind Aber ich glaube Wir finden jetzt hier Auf die Stelle nichts besonderes Schade Ist ein bisschen ärgerlich Gerade Dass ich da nicht dran gedacht hab Genau Oh Gott bin ich bescheuert So Gut und jetzt machen wir hier mal Die Glasfront rein Und dann können wir uns gleich mal Eine Eisentür noch machen Um da so einen Wartungseingang rein zu bekommen Und darüber kommen wir immer noch Wenn wir uns einfach nur Außen rumgraben Also das ist ja nicht vergessen Da drüben So weg mit dir da So So und Ähm Achso Ja Klar Dann Dann Dann